ja da ist ja der zug und kommen nicht weiter müssen wir gucken dass wir da jetzt schauen wo der hin muss beziehungsweise ich glaube der muss ja nach dahin dann müssen wir irgendwie gucken dass er da rumfahren kann ich verstehe zwar nicht dass er nicht hin irgendwie lang kann aber das müssen wir dann nach dem logo mal gucken so schauen wir mal also er will ja hier hin okay das heißt eigentlich wo war das jetzt hier ist es und er kommt jetzt hier raus wenn ich hier rum kommen würde dann würde das klappen schauen wir doch mal ob das geht also von hier aus gerade rum und dann darüber würde so gehen ist dann die frage ob er das auch schafft rein töre darf er nicht da er müsste hier rumfahren das heißt von hier aus noch mal darüber geht das ist die frage na noch steht da geht nicht einseitiges signal im weg würde aber funktionieren meines erachtens da passt hier hinten irgendwas nicht ist das vielleicht gewesen warum fährt er jetzt wieder nicht ne lass mal drehen wieso ist das so hier ist schon an der gleichen position alles naja ach mann ey sag jetzt nicht er ist rausgefahren ist er nicht wo ist das problem jetzt hier bitteschön ich das jetzt hier tausche gegen das ändert sich dann was nicht wirklich weil der muss ja auch den kreuzungsbuchreich freihalten wenn er ist immer noch nicht geändert ist auch noch so dieser bereich ist jetzt besser aber noch lange nicht gut genug hier wird tatsächlich ein signal hingehen aber da nicht das bringt es irgendwie alle gerade nicht also es ist ganz komisch dass der jetzt hier nicht raus werden ich glaube wir reißen mal das was wir gerade gebaut haben wieder ab weil das bringt es glaube nicht vielleicht fahren wir hier rum zurück können wir hier so drehen kann er jetzt fahren jetzt kann er wohl fahren ok dann noch ein signal dahin hier darf er auf jeden fall nicht stehen während er da rum fährt jetzt steht der da und der steht da und fährt der jetzt nicht weiter schwere geschichte dann wäre das noch möglich glaube hier kann ich nichts mehr neben stellen da könnte man ein stück noch vorfahren lassen aber das tut er jetzt tatsächlich auch nicht passiert jetzt was jetzt rollt der ein stück tatsächlich weiter der fährt jetzt tatsächlich da rein bis dahin na super das hat dann nicht funktioniert da unten steht auch noch eine dritte so will er hin nach da hinten stellt sich dann die frage warum er überhaupt steht wo sind das jetzt alles hier ist es der hätte doch da lang fahren müssen oder und da stand hier das signal falsch im weg eigentlich nicht das ist jetzt gerade schwierig so das bedeutet daran depot aufrufen zum ausgewählten depot abschleppen da jetzt wird er auf jeden fall weiter den kannst du auch schon wieder raus lassen dann ist der weiter gefahren jetzt müsste der eigentlich weiter fahren ok er fährt jetzt hier weiter dann fährt der weiter fährt jetzt hier lang ok der muss hier lang fahren sonst versteht dreht er da ja ok das jetzt kommt der erst ok das ist eine ganz tricky kreuzung hier na aber der ist gleich weg dann ist alles gut glaube ich zumindest wer muss denn jetzt fahren er fährt jetzt ok ich glaube dann könnte es jetzt wieder klappen aber ein zug war trotzdem zu viel da drinnen und das könnte wieder passieren der ist da reingefahren jetzt rückt er hier auch auf dann rückt er auf könnte sein dass das alles funktioniert jetzt vielleicht ziehe ich den doch besser hier rum ich glaube ich mache das besser so und den so dann kann ich das nämlich abreißen und wie sieht das jetzt aus hier steht einer aber der fährt hoffentlich mal irgendwann weiter um der steht weiß ich jetzt gerade nicht ach so ok vielleicht besser so ja dann ist das nämlich frei mach den auch noch mal so mach den auch noch mal so dann könnte das jetzt besser laufen oder ja schauen wir mal weiß ich nicht sieht erstmal gut aus warum steht er jetzt hier warum fährt er nicht weiter jetzt wird der weiter jetzt wird ernst wenn der jetzt drinnen steht das ist ganz schlecht dieses signal war dann schon verkehrt ok jetzt sind wir wieder so weit dass nichts mehr geht dann fährt er schon mal ein stück weiter vor diese signal kann eigentlich weg oder dann fährt er schon mal ein stück weiter vor wird aber hier nicht frei das heißt machen wir hier noch ein signal hin dann fährt er noch ein stück vor mach aber hier noch so ein signal hin damit der abschnitt getrennt ist weil dann fährt der vielleicht wieder weiter ne da kommt schon der nächste wieder rein gerauscht das ist jetzt hier verzwickt ne ich weiß jetzt nicht so wirklich welcher zuerst fahren muss ne ist ein chaos hoch 10 würde ich sagen ne kann man eine brücke oben in kurve bauen ich glaube nicht ne 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 kurve geht nicht schade Kann es also abbrechen. Das ist die Hauptstrecke hier durch, die schon keiner mehr fährt so gefühlt. Er kommt nicht weiter, weil die da sind. Kann ich denn hier tunnelmäßig was bauen? Das geht nicht. Kann sie also zurücknehmen den Schritt. Zurück geht gar nicht. Kann man dann immer nur abreißen. Tunnel bedeutet jetzt hier runter gehen. Das war jetzt auch nichts. Nochmal abreißen das Ganze. Hier geht es jetzt endlich drunter her. Und dann hier. Das klappt so nicht. Abbauen. Gucken ob es jetzt geht. So einen engen Radius geht nicht. Kann es auch vergessen. Weg damit. Und auf ein neues Gleise hier so rum. Und jetzt schließt er hier noch nicht mal an ey. Mann, 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 Mann. Das ist nicht wahr. Kann ich auch wieder abreißen. So geht es jetzt. Du glaubst es doch nicht, oder? Oh Mann ey. Kreuzungsfreier Bereich. Wir können hier vielleicht mal abschleppen hier und gucken ob das dann wieder wie es wird. Kannst du gleich wieder rauslassen. Wo fährt der hin? Ich hoffe nicht jetzt hier runter. Nicht. Zum Glück. Dann kann ich das nämlich wieder wegreißen. So. Dieses Signal bleibt aber das Signal kann weg. So auf ein neues. Schauen wir mal wie es jetzt wird. Dann mal schneller laufen jetzt hier. Der fährt nach da hinten weg. Das ist schon mal gut. Der hier oben hat geladen. Der fährt weg. Der fährt nach da weg. Oh. Sieht so aus als ob sich jetzt der Knoten aufgelöst hätte, oder? Ja. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist jetzt keiner da. Ich glaube wir haben die Runde geschafft. Aber jetzt steht hier wieder einer. Warum steht der da jetzt? So der will nach da. Ah. Hier ist der nächste Fehler passiert. Gut. Das heißt. Den so machen und dann gehts. Aber. Das Signal muss glaube ich so rum stehen eigentlich. Ja. Ja. Dann kann das aber weg. Oh. Jetzt stehen sie schon wieder, ne? Der findet keinen Weg mehr. Wer ist der? Ah. Ich glaube wir sind genau so weit wie vorher wieder, ne? Ja. Dann würde ich sagen machen wir das Ganze einfach wieder so, dass wir jetzt schauen müssen. Ja. Weil denn das ist genau der den wir schon hatten. Der findet jetzt keinen Weg mehr. Das glaubst du doch gar nicht, oder? Der Weg ist hier lang, mein Freund. Andere können den auch fahren. Warum kannst du den nicht fahren? Hier lang gehts. Du kannst hier lang fahren, du kannst da lang fahren. Der fährt da lang. Ach. Falsch angeschlossen hier. Okay. So muss es sein. Und so muss es sein. Und jetzt kann er auch fahren, ne? Lassen wir mal schneller laufen. Gut. Könnte sein, dass es jetzt klappt. Warte, wir müssen noch dieses Teil hier wegnehmen. Dieses Stück hier. Weil dann kann der da lang fahren. Ich glaube jetzt hat es geklappt. Gut. Machen wir aber erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Auber abmacht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr mit welches nächste Videobuchlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.